Ja und herzlich willkommen zurück zu RadioNode. Heute haben wir ein bisschen eine grössere Aktion vor uns. Nämlich hier unten das Los Suenos Postal... Ja und herzlich willkommen zurück zu RadioNode. Heute haben wir eine etwas grössere Aktion vor uns mit Gasmasken und CS Gas. Nämlich hier unten den Los Suenos Postal Service. Ziemlich großes Gebäude. Greased Palms. Suspected of importing weaponry for the gang Los Locos. LSPD Detectives visited the premises. Shootout followed with one suspect being killed in front of the building. Swords have been called in to respond. Ja, na dann mal schauen ob wir das schaffen werden. Wie man ja weiss, ist die KI hier... Zumindest von den Polizisten. Also meinen Teamkameraden nicht unbedingt so schlau. Daher bin ich gespannt ob das funktioniert. Aber mal schauen. Auf jeden Fall können wir das Ganze ausräuchern, da jeder hier eine Gasmaske hat. Und in Partius Gasgranaten. Sieht zumindest schon mal ziemlich nice aus. Bring order to chaos, arrest or neutralize any contact at scene. Rescue all of the civilians. Apprehend suspicious targets. The FBI have named Agent Jack Adams as a prime suspect in their investigation. Locate, apprehend and secure him. Arrest suspicious targets. Postal worker Maria Lopez has been named as a suspect by the FBI and is presumed to be working with our main suspect, rescue person of interest. The FBI believe Postal worker Eugene Gomez could help with their investigation. Okay, wir müssen drei Leute festnehmen. Wenn möglich. Ich habe jetzt hier auf der Waffe ein Visiert, das ich eigentlich nicht unbedingt so mag. Aber... Aber... Es ist lockt. Wie gehen wir zuerst? Ähm... Unlocken. Aber dann... kann ich wenigstens noch ein bisschen mehr in die... ...weite schießen. Ähm... Breach... ... ist open and clear. Through the door and clear. Alright, copy that. On the move! On the move! Hands up now! Drop your knees! Hands up now! Drop your knees! Hands up now! Police! Get down! Police! Put your hands up! Hands up! Shit! Younger! What the hell is happening? Put the gun down! Now! Get on the ground! Now! Drop your weapon now! Drop your weapon now! Get that fucker! Restrain targets. Hands up! Rissi die fucking Türen! Talk reporting! Copy Entry Team! Proceed with mission! Get on the ground! Now! Make him secure! What the fuck? Plötzlich... The contact is restrained. We are just from everywhere. Suspect is breathing but unconscious. Talk to Entry Team! Great work Entry Team! Keep it up! Okay... Maria Lopez? Is that you? Or who are you? I don't know. Holy shit! Was war das bitte? Ich glaube das ist Maria Lopez. Komm mal mit! Wir müssen dich ein bisschen Sicherheit bringen. Daher geht's für die hier nach draussen. Ähm... Schön hier bleiben. Die anderen Kopfs... Ähm... Kümmern sich um dich. Alright... Ähm... Ich schliess die Tür lieber mal wieder. Provide Cover. Alright, copy that. Disable that weapon. On me. Coming to you sir. Provide Cover. Roger that. Ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger spielen. Cover me. Okay, Roger that. On the move. Denn das ist ja ziemlich groß hier alles. Wir könnten hier schnell mal in Schwierigkeiten gelangen. Restraint targets. We have a suspect down here. Need Medics ASAP. Talk to entry team. Die Waffe ist nirgends zu finden oder was? Clean house and we'll take them out. Sieht wohl nicht so aus. Mirror for contacts. We didn't bring the mirror down. Mirror for contacts. Copy. I got the mirror right. Post up and cover. Absolutely. It's clean, boss. No contact. It's clear. Geht's nach draußen. Unlock it. Multitool ready. Lock it picked. Ready to go. Move to my front. I am moving out. Use the wand. Check for targets. All right. All right. Das gebeurde sieht sicher aus. Looks clean to me, boss. We're clear. Hehehe. Das ist noch für eine Tür. Ich würde die gerne schliessen. Okay. Okay. We're with you. All right. Mirror for suspect. Check. Roger. Ready and mirror gun. It's clean. No traps visible. I'll find one armed contact. All right. One armed contact. Cover this area. Affirmative. Erh. Breach. Shotgun. Flashbang. And clear. Roger that, sir. Suspect is breathing butter. Hands up. Above your head. Not right. We're on fire. Tom reporting. Copy. Clean house. Go. 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 Wir gehen erstmal nach oben. Breach. Shotgun. Gas. Leute, jemand muss nach hinten sichern. Okay, hier ist sie hier. Dann gibt es eine Tür. Okay, das ist echt hart mit den Leuten hier, die nichts tun. Okay, das ist echt hart mit den Leuten hier, die nichts tun. Ach so, da ist bei uns ein Büro. Unnötig, geht wieder raus. Fall in. I'm with you. Movin' in clear. Alright, copy that. Police, get down! Get down! I wanna see hands! Hands up! Get down! I wanna see hands! Down on your knees! Movin' up. Make him secure. Get on the ground, now! Talk reporting. Copy entry team, proceed with mission. Hands up! Get on the ground, now! Put your hands up! Hands up! Above your head! Restrain targets. Got them all caught and secured. You are gonna take these off soon. This is talk. Great work entry team. Keep it up. I don't know. I don't know. Make him secure. Talk to entry team. Restrain targets. Copy that entry team. Notifying morgue. Cover me. Okay, roger that. Hold on. Medic ASAP. Talk to high ground. Move to my front. Copy. EMTs and trailers are standing by. Cover me. Cover me. Going and go. Cover me. On the move. Cover me. Getting into position. Okay. Okay. Ich muss auch schauen, dass ich hier wirklich jedes Ding mitnehme. Okay. Da waren wir glaube ich gerade vorhin drin. Oh. Ich hoffe es zumindest. Ne. Das geht raus. Gut. Eine weitere. Threat. Ich bin weg. Der andere macht wieder nicht. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Hier waren wir vorhin drin. 6 Talk to entry team Roger that entry team Move over there Hands up Hands up do it down Restrain targets Roger that we'll take care of it Shit 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 Do you want me to take care of it? Do you want me to take care of it? Help me please Get down and put your hands up Mach doch etwas Move over there Hands up now Move to my front make them secure Restrain targets Cover me Moving up Jungs I think you've got the wrong person here This is on Roger that Trailer's incoming Talk to high ground Roger Trailer's inbound Provide cover Make them secure We got them all cuffed and secured Smart aspect here now Talk to element Southgate with the screen targets Talk reporting Roger that Medical assistance is standing by We have a suspect down here Team Medic ASAP Talk to element Copy We will take them out schon wieder von irgendwo Schüsse Aber ich habe keine Ahnung von wo Kennen Einsatz Halt 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 Geh uns bitte von hier über die Treppe und blausteam mit. Was machst du? Keine Ahnung was der macht. Die sind auf einer Tür. Polizei, raus! Jungs, was ist das? Was ist das? Hallo? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Auf meine 6. Wir sind mit dir. Mach ihn sicher. Wir haben jetzt eigentlich den Kopf verloren. So, halt. Bei der anderen dorthin, feststeckt. Junge! Auf mich. Das ist natürlich doof. Halt einer weniger. Der uns hier hilft. Okay, da geht's raus. Da geht's auch raus. Make'em secure. Jetzt! Okay, draussen haben wir noch mehr offenes Feld. Das ist doof. Suspekt, restrain targets. Talk reporting. Copy, clean house and we'll take them out. We have a suspect down here. Need Medics ASAP. Talk reporting. Copy, clean house and we'll take them out. Get on the ground down! Da bräuchte man irgendwie rubber bullets bei diesem Fall. Stay on me. Copy, coming to you. Habe ich vorher nicht gewusst. Sonst hätte ich das anders geplant. Ich dachte eigentlich CS Gas wäre gut. Das ganze hier so riesig ist. Aber ähm. Bringt halt auch nicht viel. Aber das nächste Mal weiss ich's zumindest. Dass wir hier die Leute eigentlich festnehmen sollten. Ja, festnehmen sollten. So. Wir werden rubber bullets besser. So. Da sehe ich grad niemanden. Move to my front. Going and gone. Provide support on me. Right behind you. Ich glaube wir haben da noch ein zweites Lagerhaus. Ich glaube wir haben da noch ein zweites Lagerhaus. Das wieder klären müssen. Provide cover. Copy, we're moving on now. Move over there. Roger, on the move. Move to my front. Moving up. This is talk. Copy. EMTs and trailers are standing by. Mal kurz hier schauen ob hier irgendwie was noch ist. Oder ne Person. Da wir ja noch nicht alle haben. Zumindest die Zivilisten. Aber wenn wir natürlich mit Feuerschusswaffen auf uns zugelaufen kommen, dann kann ich das auch nicht ändern, dass wir die erschießen müssen. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Below the lock, deploy flashbangs and clear. 3. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Okay, hier ist auch komischerweise niemand drin. Hier in die 6. Auch fehlt uns noch eine Person. Vielleicht hier drin. Bist du der letzte? Unmöglich. Nee. Make him secure. Do you know what you're doing? Jetzt haben wir alles. Copy Entry Team, notifying Trailers. Roger that, Sir. Secure that evidence. Copy that. Disable that weapon. Okay, irgendwo ist noch eine Waffe, aber da der Typ dort hinten feststeckt, kann ich den nicht mitnehmen. Ich wusste nicht wo. Leave. Halbwegs. Okay. Zwei Suspects, nicht reported, für Evidence vergessen, oh shit. Better Use of Unauthorized Force, weil ich die Leute eben eigentlich, ja, mitnehmen müsste. Ich sehe schon, das sind eher so Missionen, wo man mit Taser, Rubber Bullets und so weiter hineingehen muss. Von daher würde ich sagen, starte ich mein Team beim nächsten Mal mit den entsprechenden Dingen aus. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Radio Not. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.